Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von KBBA Radio, heute mit Staffel 7, Folge 5, Lisa als Vegetarierin und ich habe an meiner Seite, ich bin Marc zuerst mal, aber ich habe an meiner Seite den wunderbaren Ivo, hallo Ivo. Hallo, ich bin der schöne Assistent. Der wunderschöne Assistent, würde ich fast sagen. Ivo, ich entschuldige mich bei dir und bei allen Hörern und Hörerinnen, dass diese Folge so spät kommt, ist einzig und allein mein Fehler. Ich bin die Woche morgens um 6 los und bin abends um 18 Uhr heimgekommen und da war keine Motivation mehr dafür, noch eine Simpsons-Folge zu gucken und aufzunehmen. Das ist okay. Ich entschuldige mich. Alles gut, wir haben alle Verständnis, sage ich jetzt einfach mal, ich spreche einfach mal für die Zuhörer. Das freut mich sehr. Jedenfalls, was vor dieser Folge kommt, ist der Tafelgag. Und das ist, das Jungszimmer ist kein Wasserpark. Ich konnte gerade, ich habe heute handschriftlich Notizen gemacht, ich konnte meine Schrift nicht mehr lesen. Kein Wasserpark. Das ist seltsam. Ja, das Jungszimmer ist kein Wasserpark. Und das Leben ist kein Ponyhof. Erfahrungen zu Jungszimmern, die zum Wasserpark gemacht wurden? Hast du schon mal irgendwas unter Wasser gesetzt? Hab ich schon mal was unter Wasser gesetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Bestimmt irgendwas. Bei uns ist häufig der Keller unter Wasser. Oh. Beziehungsweise, was heißt häufig? Manchmal. Einmal bisher. Nee, zwei, dreimal. Das ist nicht so schön. Vor allem, weil meine alten Lego-Kartons immer auf dem Boden stehen. Uh. Machst Lego-Haus woanders hin? Das Simpsons Haus. Nee, das steht oben bei mir, das ist sicher. Das ist im höchsten Stockwerk. Super. Da kommt kein Regenwasser hin. Aber ich habe ja damals, das war meine große Jugendsünde, habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld den Lego-Todesstern gekauft. Für irgendwie 400 oder 500 Euro. War super dumm, weil man hätte von dem Geld sonst was sich kaufen können. Aber habe ich mir dann gekauft und der Karton ist sehr durchgeweicht, weil der immer da stand. Ja, ist schlecht. Den kriege ich wohl nicht mehr los. Ist ja auch, ja, hängen das Ding einfach auf. Oh Gott, nee. Das wäre ja der Albtraum. Ja, echt so. Der wird mal schlagen oder nachts aufgeweckt von einem lauten Knallen. Das kann passieren. Die Folge hat sich übrigens gewünscht Miss Kuro. Vielen Dank für den Folgenwunsch. Und wir haben auch einen Couch-Gag. Das ist so sehr robotermäßig wieder. Also gefühlt so Rohlinge kommen rein und die werden dann mit Farbe angesprüht und sehen dann erst aus wie die Simpsons. Wie so Autolacksprühzeug. Und sie kriegen noch die Pupillen so reingeschossen quasi in die Augen rein. Befremdlich. Ja, irgendwie schon. Das hat schon immer so ein bisschen, jagt einem ein Zucken durch die Wirbelsäule. Insgesamt diese ganzen Augen-Gags finde ich immer furchtbar. Das haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert gehabt. Ja. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Augen und Fingernägel. Das ist so die zwei Sachen, die man besser in Ruhe lassen sollte. Ja. Wir beginnen die Folge wieder mal mit einem neuen Vergnügungspark. Und zwar mit dem Märchenlanddorf, der auch wirklich nur für Kinder eigentlich ausgelegt ist. Also das ist ein kleiner, süßer Märchenpark, der einen Streichelzoo hat und so ein paar Animatronic-Märchenaufbauten. Mhm. Und diese Animatronics sind so semi. Ja. Also es gibt da natürlich das, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt jetzt hierzulande so berühmt ist, aber dieses mit den drei Schweinen, die dann alle unterschiedliche Hütten bauen und der Wolf kommt immer und pustet die um, beziehungsweise versucht sie umzupusten. Und dann geht dieses Haus so ein ganz kleines bisschen nach oben. Also es ist sehr, sehr nicht immersiv, das Ganze. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, es ist ja eigentlich eins zu eins sowohl Rotkäppchen als auch die sieben Geißlein, was glaube ich beides geläufiger in Deutschland ist. Aber ich glaube, es gab von den drei kleinen Schweinchen mal so ein Disney-Cartoon auch, den es früher öfters mal so im Programm, wo sie sonst nichts hatten, einfach mal lief. Keine Ahnung. Es ist ja auch beim Märchen immer diese drei Spannstrukturen. Dann gibt es ja auch das mit den drei Bären. Das kommt ja auch noch jetzt. Und dann, ja, alles Mögliche. Ist immer so. Die Brüder Grimm haben auch ChatGPT schon verwendet. Das kann gut sein. Ich weiß auch nicht, ob jedes Märchen wirklich unbedingt von denen ist, von den Brüdern. Aber ich weiß nicht. Da gab es bestimmt noch so ein paar andere Märchen. Ich glaube, die meisten bekannten schon. Ja, mit Sicherheit. Hans-Christian Andersen. Ja. Als zu diesem Parkfahren kommt noch ein ganz guter Gag, finde ich. Denn die alle beschweren sich eigentlich, was sie da sollen. Also Grandpa will im Auto bleiben, was sie eh vorher hatten. Und Bart und Lisa haben auch keine Lust. Und Marge sagt dann auch, dass es wohl für jeden etwas in diesem Park geben wird. Von eins und zeigt auf Maggie bis zu zeigt auf Grandpa. Das weiß nur Gott. Das finde ich erstmal einen guten Gag. Und dann wird dieser Gag noch vollendet. Da kommt noch die Kirche oben drauf. Denn sie fahren dann dahin und da hängt ein Banner. Und es ist nicht von eins bis zwölf, eins bis vier. Nee, es ist von eins bis siebeneinhalb. Was natürlich genau nicht mehr Lisa beinhaltet. Leider. Ja. Obwohl man natürlich sagen muss, auch mit acht kann man in einem siebeneinhalb Freizeitpark bestimmt noch irgendwie Spaß haben. Vielleicht nicht in diesem, aber in einem bestimmt. Ich meine, ich bin 27 und ich habe noch mit so einem drei bis zwölf Lego-Set Spaß. Ja, natürlich. Lego ist sowieso. Ja, also das geht schon noch. Sie stellen sich da ein bisschen dran. Aber der Park ist halt wirklich lame. Ja, das sind Kinder auch. Kinder sind so, die regen sich dann auf. Die wollen immer älter sein, als sie sind. Ja, Bart schmuggelt sich dann noch so einen Zug drauf, für den er eigentlich zu groß ist. Und ja, er zieht mit seinem Kopf so einen Tuddel komplett mit. Fährt dann bei Paul Bunyan in den Schritt mit dem Gesicht. Dem fällt die Axt aus der Hand und tötet die Figur von dieser Gans, die glaube ich auch in Deutschland gar nicht verbreitet ist. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bekanntes amerikanisches Kindermärchen. Ja, das ist, ja, das kommt auf jeden Fall. Ich glaube, bei Jack und die Bohnenranke oder sowas, wo dann diese Gans hat die goldenen Eier legt. Oder ist das noch was anderes? Ja, doch, das ist das, glaube ich. Das ist auch so in Deutschland gar nicht. Das sind zu viele Märchen. Nee, der hat Jack. Das hat irgendwie übersetzt. Das hat jedes Land hat so seine Signature-Märchen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, so Max und Moritz ist auch, glaube ich, nicht weit aus Deutschland raus. Aber das war furchtbar. Das hat mich geprägt, ne? Ja, natürlich. Das ist ja das Buch der Traumata, der Kindertraumata, könnte man das Buch nennen. Ja, also das war der Touch to Max. Fucking Strubbelpeter. Ja, also in Geschichten für Kinder sollten niemandem irgendwelche Gliedmaßen abgeschnitten werden, finde ich. Ja, das ist halt auch so Kindererziehung aus den 20er Jahren irgendwo, wo man gesagt hat, ihr sterbt, wenn ihr auf die Straße geht, weil ein fremder Mann kommt und euch den Kopf abhackt und so. Das ist so die Art von Erziehung eher. Ja. Hat es uns was geschadet? Nee, aber ich persönlich bin auch nicht in den 20er Jahren groß geworden. Nee, aber ich habe auch noch Max und Moritz vorgelesen bekommen halt. Echt? Ich glaube, ich habe das nur mal bei meinen Großeltern gefunden und war dann sehr verstört. Ich habe dann in den Pionalsstellungen. Genau, Paw Patrol ist das Beste. Okay, wir sind im Streifen. Nee, ich habe Finis und Ferb geguckt. Und da, das assoziiere ich auch immer mit Paul Bunyan. Weißt du, eine Folge gibt, wo die irgendwie ein Paul Bunyan thematisches Restaurant haben und dann kommt immer der Jingle, Paul Bunyan, wo es lecker schmeckt, aber nicht zu lecker. Ich kenne das nur von den Simpsons tatsächlich. Ja, natürlich. Da gibt es doch diese Folge, in der Homer Paul Bunyan ist mit diesem blauen Stier. Kumpel, das ist doch der. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Diese eine von drei Geschichten immer, diese, in denen Kinder in amerikanische Geschichte vermittelt wird, über den Globus hinweg. Ja, stimmt. Das ist irgendwie so ein Holzfäller. Wer weiß, was der gemacht hat. Der war irgendwie groß. Ich glaube, er war eine Riese. Irgendwas hat der Arzt so gemacht, auf jeden Fall. Dann auch eine sehr ikonische Szene in diesem Streichelzoo, wie ich finde. Denn diese drei Schafe stehen nebeneinander, die immer süßer werden, bis sie an so einem ganz kleinen süßen Lamm angekommen sind. Ja. Das ist eine Schleife und so sehr große Augen. Ja, und das erste Schaf stellt sich dann nochmal daneben oder davor und Homer trittst dann einfach weg oder schiebt es einfach weg. Ja. Und das ist die Initialzündung für den Plot der Folge quasi. Ja, erst habe ich noch einen Folgenfehler. Ja. Nämlich aus diesem Futterautomat kommt so viel raus, dass Maggie bedeckt ist. Und wenn wir ehrlich sind, da kommen nie mehr als so drei Körner raus. Da wirfst du 50 Cent an, da kommen drei Körner und dann ist rum. Vielleicht ist er kaputt gewesen. Alles klar, hoffe ich. Auf jeden Fall ist einfach Maggie weg, dann nur noch der Schnuller liegt da und sie ist in einem Lama-Fell verschwunden. Ja, auch irgendwie verstörend. Ja. Da reagiert Marge noch ziemlich gelassen irgendwie drauf. Ja gut, sie hätte auch schlimmer kommen können, ne? Ja, aber wenn man erstmal so sieht, das Baby ist weg, nachdem sich sehr viele Tiere darauf gestürzt haben. Erstmal wird man stutzig vielleicht. Genau. Diese ganze Freizeitpark-Szene wird dann aufgelöst, indem eine Durchsage kommt oder übergeleitet, indem eine Durchsage kommt, dass in folgende Autos eingebrochen wurde. Und dann kommt ein Cut und wir sehen, wie die Simpsons zu Hause in ihrer Einfahrt einfahren und die Heckscheibe von Marges Auto kaputt ist. Auch guter Gag. Aber auch das ist nicht weiter tragisch, nicht weiter erwähnenswert für den Rest der Folge. Denn es liegt ein schöner Geruch in der Luft, denn Flanders veranstaltet ein Familien-BBQ. Und Flanders Familie ist offensichtlich sehr, sehr groß und umspannt den gesamten Klobus. Da ist irgendwie ein mexikanischer, glaube ich, Verwandter ist da und ein Brite. Und alle müssen so Wortspiele machen, beziehungsweise der Brite hat gar keinen Bock darauf, er muss trotzdem irgendwie dann Idli-Didli machen. Und ja, sie sehen auch alle genau aus wie Flanders, nur mit verschiedenen Bärten und Haarfarben. Das gab nochmals sowas, oder? Das gab es nochmals mit anderen Flanders. Es gibt auch einen kanadischen Flanders, ich glaube, der kommt als nach Kanada verfahren, um Drogen zu holen. Aber ich glaube, es gibt noch eine Folge, in der ganz viele Flanders vorkommen. Das ist dann auch sowas wie in den neueren Staffeln, wo sie auch irgendwie sagen, okay, jetzt hier ist die Familie von dem. Und dann hat Milhouse noch 2000 Verwandte und Moe hat irgendwie eine Familie, die 900 Leute umfasst. Und dann, ja, haben sie das bestimmt mit Flanders auch mal nochmal gemacht. Was ich sehr underrated Szene auch finde, die auch nie wieder aufgegriffen wurde, ist als mal die ganzen Verwandten der Simpsons sieht. Also diese ganzen männlichen, die alle Idioten sind und diese eine Frau, die Professorin ist, die wurden auch nie wieder aufgegriffen, diese Charaktere. Die Frauen sind irgendwie alle schlau in der Familie und die Männer alle völlig dumm. Ja, und da stehen hier wirklich so zehn Männer oder so, die alle irgendwie dann auch anders aussehen. Die hätte man auf jeden Fall bringen können nochmal, das fand ich schade damals auch schon. Ja, aber sie haben nicht mal mehr Herb zurückgebracht. Ja, das ist ja, das ist ein Skandal. Das andere ist nur ein Denkfehler, aber das ist ein Skandal mit Herb. Das ist halt wirklich schlimm. Ich weiß, vor allem weiß man auch nicht so wirklich, was dahinter steht. Also so bei Troy McClure wissen wir ja, dass der, oder bei Lionel Hutz wissen wir ja, dass der Synchronsprecher gestorben ist. Ja, oder bei Apo halt oder so, da wissen wir es auch. Ja, genau. Aber Herb, weiß ich gar nicht, ob da auch sowas passiert ist. Also auf Deutsch ist er ja sogar vom gleichen Synchronsprecher wie Homer gesprochen. Auf Englisch nicht, also nicht vom gleichen. Weiß ich gar nicht. Es wird aber auch nach 30 Jahren keiner krumm nehmen, wenn da ein anderer Synchronsprecher wäre. Nee, vor allem das haben sie auch vorher schon mal mit Charakteren gemacht. Deswegen. Jo, Homer will jetzt auch ein Barbecue veranstalten, um Flanders eins auszuwischen. Aber Flanders fragt dann, ob er auch kommen darf. Und da sagt er ja. Und dann merkt er auch relativ schnell, oh, das war gerade irgendwie kontraproduktiv. Das hat nicht so gesessen. Aber, ja, jetzt ist er eingeladen, jetzt darf er auch kommen. Versteht sich von selbst. Natürlich. Ehrensache. Ja, und jedenfalls wird das natürlich dann das größte Barbecue der Geschichte von Springfield. Und dann gibt es auch abends Lammkoteletts. Und Homer findet diese Lammkoteletts so gut, dass er dann sagt, dass Margie die unbedingt auch bei dem Barbecue machen muss. Und alle essen ganz normal, alles ist normal. Und Lisa plötzlich fällt ihr auf, dass sie das nicht mehr so wirklich essen möchte, weil sie immer dieses Lamm vor sich sieht. Dieses sehr süße Lamm, was sie so liebt. Das ist auch gar nicht so eine große Rolle hat, wie man eigentlich dachte, wenn man an diese Folge denkt, oder? Hattest du auch das Gefühl? Ja, schon. Also es wirkt irgendwie so ein bisschen noch so dünn. Man hat so das Gefühl, okay, um das jetzt irgendwie heimzubringen, müsste da jetzt eigentlich noch was kommen, was das Ganze dann über die Linie bringt. Aber in diesem Fall reicht es aus, um Lisa den Gnadenstoß zu versetzen. Ja, und sie fühlt sich halt auch schuldig. Also sie will einfach nicht, dass ein Babytier für sie getötet wird, oder dass sie es essen kann. Und Marge sagt dann auch, ja, kein Problem, ich kann ja irgendwas anderes machen. Und zählt dann halt nur Fleischdinger auf, die sie ihr als Alternativprodukte anbieten kann. Und dann kommt natürlich auch so eine, glaube ich, eine relativ ikonische Szene, zumindest bei mir persönlich. Also immer, wenn ich einen Hotdog oder so sehe, denke ich an diese Szene. Denn sie sagt dann auch, im Deutschen heißes Würstchen, warum auch immer. Und da sieht man, wie so ein Hotdog zusammengesetzt wird aus Waschbär, Stiefel und noch irgendwas. Ja, ich glaube, das ist insgesamt so ein sehr klassischer Simpsons-Gag. Ich habe auch eine Szene im Kopf, ich weiß nicht immer, ob das unbedingt Hotdogs waren, aber irgendwas von Krusty Burger. Oder ich glaube bei Krusty Burger, wo sie irgendwie so eine Fleischmischung haben und da ist da irgendwie ein Wal drin und ein Telefonmast und so. Ja. Also es ist sehr, sehr ähnlich. Es geht oft in die Richtung. Aber, seien wir mal ehrlich, wahrscheinlich ist es so. Ja, vermutlich schon. Ich mag auch überhaupt keine Hotdogs, muss ich ehrlich sagen. Hotdogs sind wirklich nicht geil. Da esse ich lieber eine Rostwurst. So. So. Haben wir das auch ins Rennen geworfen? Nee, Hotdogs sind nix. Ich finde die auch nicht geil. Es gibt ja auch die vegetarische Alternative. Also zumindest bei Ikea. Ich kenne das. Also Hotdog ist für mich so Ikea-Essen. Und da gibt es drei verschiedene mittlerweile. Also den normalen, der, der ist wie der normale quasi, nur ohne Fleisch. Und dann noch so ein Plant-Ding. Also so ein, den gab es die ganze Zeit, den anderen gibt es jetzt neu. Und dieser, der ist wie dieser Hotdog, der ist halt scheiße, weil er halt ist wie so ein Hotdog. Also, ich fand die auch nie geil schon. Aber dieser Plant-Dings, das ist ultra geil. Probiert den mal. Der ist nice. Okay. Müssen wir mal nochmal zu Ikea. Das war die Woche. Stark. Ja. Nee, letzte Woche schon. Hast du die Empfehlung der Woche? Nee, 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 nee. Ich habe eine Empfehlung der Woche, die automatisch passt. Uh, meine nicht. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir, Ivo. Egal. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ähm, jedenfalls wird das dann immer verstärkt. Also Lisa kann jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie Leidtieren zufügen, auch als sie in der Schule einen Regenwurm sie ziehen. Ist das eine Sache? Ich dachte, sie ziehen immer nur Frösche. Aber gut, anscheinend auch Regenwürmer. Vielleicht können sie sich Frösche nicht mehr leisten. Und, äh, ich frage mich auch, was so interessant rein soll, einen Regenwurm zu sezieren, ehrlich gesagt. Aber die werden sich schon was dabei denken. Und jedenfalls auch das will Lisa nicht mehr machen, weil sie diesen Regenwurm so vor sich sieht, der ihr nichts getan hat und der so völlig hilflos ist. Und da, äh, will sie das nicht machen. Musst du mal sowas machen in der Schule? Nee. Uns wurde irgendwann mal gesagt in Bio, wo ich auch nicht verstanden habe, weil jeder hat sich super drauf gefreut und dachte so, super geil, dass wir das machen. Ich hab mir so gedacht, ne, wo wir irgendwie Schweineaugen sezieren sollten. Aber das ist auch nie passiert. Also, uns wurde gesagt, ihr müsst Schweineaugen sezieren. Dann haben wir nie Schweineaugen bekommen. Was ich nicht so schlimm fand, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein Fiebertraum ist oder ob das meine Klasse gemacht hat. Aber ich, ich, ich glaub, die mussten mal ein Schweineherz sezieren. Aber ich weiß nicht, ob da jeder eins guckt. Ja, ich glaub schon. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich komplett Verwirrung ist in meinem Kopf. Ich hab Bio abgewählt, so früh wie es ging, weil mich hat das komplett genervt. Nee, nicht nur deswegen. Also, ich fand das, ich weiß nicht, das ist so, mir hat dieser Übergang gefehlt von, ne Antilope hat Hufe zu, äh, ne Zelle ist aufgebaut aus dem, 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 dem. Dem und den. Und, äh, so kannst du eine Zelle zerlegen. Ey, wo ist das Ding dazwischen irgendwie so? Ich will wissen, wo der Igel wohnt und nicht, wie der, wie der Mensch funktioniert. Sachkunde. Von Sachkunde zu Biologie wurde man zu langsam entwöhnt. Genau wie Erdkunde. Erdkunde hat mich auch irgendwann genervt nur noch. Hab ich auch abgewählt. Erdkunde hab ich relativ früh abgewählt. Aber ich hatte mal bilinguales Erdkunde in der Schule. Also, Erdkunde auf Englisch. Oh. Äh, ich, ich wollte, da wollte ich so wissen, was ist die Hauptstadt von Uganda und nicht, wie funktioniert eine Wolke. Ja, oh, das war so furchtbar. Und da hat man so verschiedene Arten, das ist das letzte, woran ich mich erinnere, dass man so verschiedene Arten durchgenommen hat an, an irgendwie, was, was es in Städten gibt. Da irgendwie die Innenstadt und dann die Suburbs. Das war schon bilinguales Erdkunde, wie man merkt. Interessiert mich nicht die Bohne. Zeig mir, was die, die, zeig mir, was in Uganda abgeht. Ja, irgendwie sowas. Oder andere Kulturen. Ja, Kilimanjaro. Was ist die Le-Seite und die irgendwas-Seite vom Berg. Was gibt's Neues vom Kilimanjaro? Ja, was macht der so? Was geht da ab? Heute ist die große Abschweifolge. Mir gefällt's. Ich hab Spaß, Ivo. Nee, pass auf, pass auf, wo wir gerade bei Bergen sind. Kann ich euch was mitgeben, was ich aus meinem Japanisch-Kurs gelernt hab? Das ist, äh, nämlich, es heißt überhaupt nicht Fujiyama, sondern es heißt Fuji-San. Ist einfach so, das ist ein Übersetzungsfehler, weil das Zeichen für Berg sowohl aus Yama als auch als San ausgesprochen werden kann. Und es heißt aber San. Also Fujiyama ist falsch, liebe Freunde. Krass. Jetzt ist euer Leben besser dadurch, dass ihr das wisst. Ich kann auch noch einen japanisch, äh, äh, Tipp geben, den mir Ivo vor der Folge gesagt hat, denn, äh, Miss Kuro hat sich diese Folge gewünscht und Kuro ist japanisch für schwarz. Oh, du bist so belesen, was japanisch angeht. Nee, ich bin ein guter Zuhörer, Ivo. Was heißt weiß? Äh, Kuro. Das ist, äh, nicht korrekt. Verdammt. Was denn? Wie heißt's denn? Shiro. Ja. Gut. Sehr gut. Okay, genug, ja. Genug des Japanischen. Ich glaube, wir sind sehr abgeschwiffen, das ist okay. Das ist okay. Aber Erdkohl, äh, Bio waren wir ursprünglich. Bio ist nicht cool. Ah ja, stimmt. Und Wurm sezieren auch nicht, macht das nicht. Nicht cool. Was soll das auch? Also so ein Wurm, also was kann so ein Wurm im Inneren tragen? Ja, der hat doch gar keine wichtigen, interessanten Organe oder sowas. Lass den Wurm da in der Erde sein Wurmding machen. Ja. Lass den Frosch da im Teich sein Froschding machen. Ey, die machen auch nur ihr Ding. Ja, ganz ehrlich. Ja, und als Lisa das nicht kann, finde ich auch einen sehr, sehr guten Gag, dass Miss Hoover dann unter den Tisch drückt, wie in so einer Tankstelle oder Supermarkt oder so, dieser Notfallknopf oder einer Bank, dieser Notfallknopf, wo ein Alarm ausgelöst wird, ist hier der Freidenker-Alarm, der dann bei, wie wir gleich rausfinden, bei Skinner im Büro losgeht. Ja, und später geht er sogar nochmal los, als sie dann in der Cafeteria sind und es sind überall nur Sachen mit Fleisch und Lisa hinterfragt das dann und sagt, sie müssen ja eigentlich auch eine fleischlose Alternative anbieten und da holt Küchenfrau Doris einfach das Hotdog-Brötchen, also schon wieder Hotdogs und gibt ihr das und das ist natürlich nicht so cool und dann fragt Lisa noch, wann ihr eigentlich ihr Job aufgehört hat, Spaß zu machen und da drückt sie auch nochmal den Knopf. Ich glaube sehr früh, ich glaube undankbare, ich glaube undankbaren Kindern schlechtes Essen zu servieren ist wirklich auch ein Job, da bekommst du sehr wenig Anerkennung für. Ja, vermutlich. Falls ihr irgendwie so eine Schulkantine habt oder so, sagt der Frau, die da arbeitet mal, dass sie das gut macht, auch wenn es nicht stimmt, macht es einfach mal. Ich glaube man hat auch in so Serien gibt es glaube ich auch gar keinen, sind die irgendwie immer, das sind immer so die Leute, die am wenigsten Bock haben, außer vielleicht bei South Park, da ist der Koch natürlich sehr motiviert, aber sonst sind die irgendwie immer schlecht gelaunt. Ja, das stimmt. Ist jetzt sehr spezifisch, Schulessen-Servierer in animierten Sitcoms. Ist ein Thema für einen eigenen Podcast, würde ich fast sagen. Jedenfalls Küchenhilfe Doris drückt auch auf diesen Freidenker-Knopf und bei Skinner klingeln die Alarmglocken und Willi ist auch da und es kann nur eine Erklärung dafür geben, warum zweimal an einem Tag Freidenker-Alarm losgelöst wird. Es muss die bunte Kreide sein, die in den Klassenzimmern verteilt wurde. Das ist Werk Satans, laut Willi. Zu viel Fantasie wird angetrieben. Ja. Und dann geht es wieder nach Hause und es ist wieder mal interessant, dass Itchy und Scratchy irgendwie immer ihr Programm so ausrichten nach dem, was gerade im Leben der Simpsons abgeht. Das ist irgendwie, das ist immer sehr thematisch passend. In dieser Folge ist Scratchy in einem Restaurant, das natürlich von Itchy betrieben wird und dann serviert Itchy ihm seinen eigenen Bauch als Essen und er schneidet ein Stück raus und merkt es aber nicht, weil das tut natürlich nicht weh, wenn man das sieht oder was auch immer. Und dann bringt er die Rechnung und dann explodiert sein Kopf, weil die Rechnung sehr hoch ist. Klassischer Cartoon-Gag. Einfach ein guter Gag. Und Bart erklärt dann auch Cartoon-Gewalt oder Zeichentrick-Gewalt und damit bespricht er auch eben wieder mal dieses, die Simpsons sind gar nicht echt, sondern sind auch Zeichentrick, denn genau das, was er da erklärt, passiert ihm dann danach, denn Homer kommt rein und haut ihm diese Tür, die manchmal da ist, manchmal nicht, also da ist manchmal eine Tür in der Angel, manchmal ist es einfach nur ein Loch, haut ihm die an den Kopf. Ja. Die beste Szene finde ich aber in diesem Format immer noch, wo gesagt wird, Cartoon's müssen keinen Sinn ergeben, sagt Homer und dann läuft Homer draußen vorbei gleichzeitig. Ja, das stimmt. Das ist so schön. Das ist echt mal so eine eigene Theorie vielleicht, dass alle in Springfield haben noch einen Doppelgänger. Sieht man in dieser Folge, dann gibt es noch die eine Folge, wo Mo zweimal da ist. Und dann kommen wir zu Simpsons World zurück. Stimmt. Das ist alles eine große Verschwörung. Vielleicht ist Simpsons World Kanon. Vielleicht ist Simpsons aber auch wirklich von denen gemacht, die auch über die Matrix herrschen und wir leben in der Simulation und in der Simulation. Das geht jetzt alles zu weit. Gibt es schon Matrix dann noch und die Simpsons, die das dann auch nochmal durchbrechen. Die haben auch nochmal eine eigene Matrix in dieser Matrix. Das ist pfff. Und dann machen die Simpsons auch noch eine Matrix-Parodie-Folge, wo dann auch nochmal... Die ist dann aber echt einfach. Die ist dann einfach echt. Ja, das ist dann die echte Welt einfach. Ja, ja, ja. Und dann kommt es wieder, wie ein Donut ist das Universum ja auch geformt. Wir verkaufen das einfach an Fox. Also falls ihr wollt, sagt Bescheid. Müssen wir nicht mittlerweile zu Disney gehen? Ne. Fox hat schon auch noch... Ich glaube, das ist mir Fox gekauft. Ich glaube, das gehört immer Fox. Oh. Oh. Ja, natürlich. Ich weiß noch nicht. Irgendwem wird es gehören. Meldet euch einfach. Melden Sie sich, CEO von Disney. Ja. Und dann ein sehr eingängiger Song, den Bart und Homer anstimmen, denn sie stellen klar, mit Fleisch findet man natürlich Freunde, aber man findet keine Freunde mit Salat. Und das singen sie dann durch Polonaise machen durch das Haus. Und dann ist auch Marge hat sich da eingereiht und drangehangen. Und sie sagt, ja, der Rhythmus war sehr eingängig. Was stimmt? Ich muss es mir mal auf Deutsch nochmal angucken. Jetzt gerade, wo ich den Satz so lese, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie diese Silbenstruktur so funktionieren soll. Man findet keine Freunde mit Salat. Man findet keine Freunde mit Salat. Ah, okay. Die haben es deutlich schneller gesagt, weil auf Englisch ist es einfach nur, you can't win friends with salad. Das natürlich viel kürzer ist. Ja. Und dann geht das besser über die Lippen. Ich weiß nicht. Ich finde schon... Das ist ein Ohrwurm. Das ist so ein Satz, der einfach ein Ohrwurm ist. Das stimmt. Muss ich sagen. Dann muss ich sagen, das hier ist eine Szene, die mich sehr geprägt hat. Das ist nämlich ein Gag, den ich glaube ich auch in der Schulzeit öfters mal gebracht habe. Daraufhin, weil das mich sehr geprägt hat. Und zwar will Skinner dann sagen, dass jemand sich querstellt oder dass es einen Querulant gibt in der Klasse. Er will aber nicht sagen, wen aus Datenschutz und sagt dann, nennen wir ihn einfach Lisa S. Und dann sagt er, ah nee, das ist zu offensichtlich, Elle Simpson. Und das ist so ein unglaublich trockener und guter Gag einfach für mich. Ah, sehr schön. Den finde ich sehr stolz. Und es muss natürlich was gemacht werden. Es kann nicht einfach geduldet werden, dass jemand so frei denkt und es wagt, kein Fleisch mehr essen zu wollen. Und deswegen wird natürlich eine Dokumentation gezeigt mit dem einzig wahren Troy McClure, der mal sagt, wie das wirklich ist in der Fleischindustrie. Und er macht aber ehrlich gesagt gar nicht mal so einen guten Job darin, das zu vertuschen beziehungsweise er redet es nicht wirklich schön eigentlich. Aber es klappt trotzdem, weil Kinder nicht so, sie glauben einfach Dinge. Aber es ist ja nicht so schön. Ja, dieser Film ist auch schwarz-weiß, warum auch immer. Ja. Das ist super alt. Und dieser kleine Timmy, der ist auch sehr, der findet es auch nicht so gut. Nee. Also ihm gefällt das auch gut. Er wird dann einmal durch das Schlachthaus gebracht und man sieht so richtig, wie er zittert und überhaupt völlig verstört ist. Äh, ja. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ist auch nicht schwarz-weiß, ist nur so ein graues Stichwort. Ja. Aber. Vergilbt. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Alt, auf jeden Fall. Jedenfalls. Ähm, Walfel auch auf die Büffel-Universität, was halt ein anderer Begriff für Schlachthaus war in diesem, dieser Dokumentation, aber Walfel da gern hin. Und Lisa schluckt das eben nicht, weil sie da sagt, ich weiß nicht, wie es im Original war, im Deutschen ist es irgendwie ein bisschen weird. Sie sagt da, äh, sie schluckt, sie, oder ihr glaubt doch nicht, dass wir das schlucken einfach so. Und dann kommt Skinner und sagt, ja, wir haben von der Fleischlobby auch noch irgendwie was zum Schlucken bekommen. Und dann haben sie da so Därme liegen, die sie einfach dann essen können. Ja, irgendein, ja, das ist irgendein, ich weiß auch nicht, was das Wort ist, aber es ist irgendein Wort, ich glaube, you can't believe this tribe oder so. Und dann ist das anscheinend auch das Wort für ein Gericht, was sehr widerlich aussieht. Sieht super eklig aus, also wirklich. Was auch noch nett war in dieser Doku, ist der Ernährungskreislauf, der gezeigt wird, oder die Ernährungskette, und es ist einfach alles, ist Essen vom Mensch. Ja. Ja. Der Mensch steht einfach ganz oben und hält den Mund auf. Ja. Und dann kommt der große Tag des Barbecues auch schon. Lisa hat vorher schon öfter versucht, Homer zu überreden, auch in dieser Salatszene, das doch ohne Fleisch zu machen, aber Homer repräsentiert, repräsentiert, ja genau, repräsentiert hier natürlich den, äh, den, äh, den Fleischbefürworter und sagt, man kann einfach kein Barbecue machen ohne Fleisch. Und, äh, ja, Lisa hätte schon ahnen können, dass sie damit nicht weit kommt bei Homer. Aber jetzt kommt es auch, das Barbecue und alle, alle kommen natürlich, alle bekannten Gesichter, Barney kommt mit einem leeren Bierfass, wo, äh, wo Homer denkt, es wäre voll, aber Barney ist wohl eher der, der voll ist an der Stelle. Da war übrigens auch noch ein sehr guter Gag, als, als die Einladungen präsentiert werden, ich weiß jetzt nicht, er ist aber nicht mehr auswendig, fürchte ich, aber es war was mit Abkürzung, es war sehr gut, auf Englisch zumindest. Bar Barbecue, es sind drei B und das bringt deinen eigenen Schnaps mit, glaube ich, das dritte B. Genau, bring your own beer und dann ist hinter B-Y-O-B noch ein anderes B und dann fragen sie sich, wofür das B steht und dann sagt man, das ist ein Tippfehler. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, fand ich auch gut. Ja, dann dieses, dieses Barbecue, das kommt ins Rollen, Lisa hat keinen Bock drauf, die ist in ihrem Zimmer, beziehungsweise sie präsentiert erstmal noch, was sie als Alternative da hat, nämlich, es ist auch nicht die beste Alternative, muss man sagen, sie hat nämlich eine Gazpacho gemacht, also eine kalte spanische Tomatensuppe, das ist, ja, nicht das beste Grillessen, oder? Nee, sie hätte ja, wenn ihr das so wichtig ist, hätte sie sich schon mal ins Zeug legen können und auch was richtig, richtig Geiles machen können, nicht so Gazpacho. Alle lachen es aber aus, als es erklärt, was es ist, das fand ich ganz witzig, aber ja, die anderen sind alle auch, das sind echte Männer einfach, die wollen, auch wenn sie voll sind, essen die noch ein Stück Fleisch, also muss einfach noch rein, also Grimby und Hibbert beide, die da noch einen rein sich drücken, obwohl sie voll sind und Bart will auch noch einen Burger haben und Homer wirft ihn ganz lässig hoch, aber ein bisschen zu weit und noch ein bisschen zu weit nach vorne und er fliegt bei Lisa ins Zimmer und sie bekommt einen Burger ins Gesicht. Ja, da platzt natürlich die Hutschnur, so geht's nicht weiter, sie muss jetzt was unternehmen und es kommt auch zugleich das Highlight, das große Highlight des Grillfests, denn Homer hat ein ganzes Spanferkel, natürlich klassisch mit dem Apfel im Mund, darf nicht fehlen und Wiggum macht sich dann drüber lustig, was das Schwein für eine dumme Nase hat, das ist natürlich, denn wir alle wissen, Wiggum hat auch eine Schweinsnase, jedenfalls so ähnlich. Ja, und im Hintergrund, während Homer dann noch so eine Lobredigt auf das Schwein hält, fährt Lisa das Schwein hinten weg und schubst es einen Hang runter, das ist auf so einem Dreh-Spieß-Grill, der eben Rollen drunter hat, deswegen fährt das da auch super gut, also das ist 1A-Fortbewegungsmittel, muss man sagen. Ja. Genau, und sie fährt jetzt den Hang runter, das Schwein beginnt seine fantastische Reise, zuerst durch den Zaun, dann fährt es immer schneller los und es fährt irgendwie durch das ganze Land gefühlt, Homer und Bart immer hinterher und Homer sagt auch immer wieder, ja, das ist nur ein bisschen Gras dran, das kann man auch essen, dann fällt es irgendwie in den Fluss, dann sagt er, ja, es ist ein bisschen nass, aber das kann man auch essen und dann irgendwann landet es im Damm, im Staudamm, im Springfield Dam und wird weggeschleudert von dem enormen Wasserdruck, was natürlich dann auch ikonisch ist, das fliegende Schwein, das ja dann auch später noch eine sehr lange Szene bekommt und dann muss Homer leider einsehen, dass es, dass es nicht mehr zu retten ist, dass das Schwein jetzt für immer weg ist und dann ist er natürlich auch sehr, sehr sauer auf Lisa. Ja, stimmt. Und dann einer, auch ein richtig guter Witz, finde ich, denn Burns steht da und erzählt Smithers, dass er eine Million Dollar dem Waisenhaus spenden wird und dann kommt der Nachsatz, ja, sobald Schweine fliegen können, sie lachen richtig gut, also es ist richtig witzige Lache auch, finde ich, im Deutschen zumindest, und da fliegt dann eben das Schwein vorbei und dann nimmt er es doch zurück. Ja, das ist auch so gut, Smithers fragt noch so, machen sie das jetzt wirklich? Und er sagt so, ah, ich würde es trotzdem lieber nicht machen. Ach, sehr schön. Ja, und dann ist natürlich jetzt dicke Luft, also sie frühstücken und es kommt zu dem Klassischen, wo sowohl Homer als auch Lisa dann nicht mehr miteinander sprechen, dann immer sagen, sag ihr mal, dass sie das und das machen soll. Und dann irgendwann kriegen sie es aber nicht mehr hin, beziehungsweise Homer redet dann irgendwann trotzdem mit Lisa aus Versehen und das ist sehr, ja, Homer kriegt es nicht so gut hin. Nee, das ist ein bisschen doof. Ja, leider. Ja, und sie läuft dann weg, sie hat keinen Bock mehr mit ihm zusammen unter einem Dach zu wohnen, läuft von zu Hause weg und kommt zum Quickie Mart, beziehungsweise erst mal kommt es zu einer ganz seltsamen Szene mit Ralph, Sherry, Terry und Janie. Ich vergesse immer ihre Namen. Und die machen sich sehr, sehr seltsam lustig über sie, also mit ganz, auch für Kinder schon schlechten Sprüchen irgendwie. Ja. Und sie kommt dann... Was ich sehr schön finde, ist, dass es Ralph peinlich ist, dass er mal mit ihr zusammen war. Ja, das stimmt, aber trotzdem ist er sehr, weiß nicht. Ja. Die jungen Leute unter uns würden sagen, das war cringe. Das war cringe-Brudi, würden die jungen Leute sagen. Ja, so sagen die das, hab ich auch gehört. Ach Gott. Ja, und dann läuft sie durch die Stadt und wird immer verzweifelter, weil die Welt will offensichtlich sie dazu zwingen, Fleisch zu essen. Dann ist sie beim Quickie Mart und hält's nicht mehr aus. Und sie muss jetzt dann ja offensichtlich, weil die ganze Welt sie hasst und sie dazu zwingt, muss sie einen Hotdog essen. Und sie nimmt sich dann einfach ein, ohne zu fragen und ohne zu bezahlen und isst den. Und dann sagt Apu aber, dass da gar kein Fleisch drin ist, dass das irgendwelche Soja-Hotdogs sind. Er sagt dann auch, dass er Vegetarier ist zu dem Zeitpunkt noch. Also er sagt nicht, dass er Veganer ist, was er dann gleich sagt. Und hat heimlich Tofu-Würstchen da halt reingemacht, schon seit längerem. Das ist wohl bisher niemandem aufgefallen. Und dann kommt ein Versteck im Quickie Mart, nämlich hinter dem alkoholfreien Bier in dem Kühlfach, das wohl nur aufgemalt ist, ist eine Tür zum Dachgarten, der auch in Simpsons, Hit & Run direkt im ersten Level sehr stark vorhanden ist. Fand ich auch sehr gut, damals schon. Und da zieht er sich zurück, wenn er eben von der Welt genug hat und wenn er einfach mal für sich sein will und meditieren will, auch glaube ich, sagt er. Und das sind auch dann zwei Stargäste. Und da muss ich auch sagen, wie damals die Stargäste reingebracht wurden, ist einfach fantastisch. Ja, das ist ziemlich gut. Da sind nämlich plötzlich einfach Linda und Paul McCartney da, die offensichtlich auch Vegetarier sind und natürlich sehr bekannt. Und ja, dann reden sie halt mit Lisa über alles Mögliche. Lisa klagt ihr Leid darüber, dass ihre Familie sie nicht akzeptiert und so weiter. Und dann stellt sich aber raus, dass Apo Veganer ist und dass er wiederum dann Lisa für ein Monster hält quasi, dafür, dass sie nicht völlig auf tierische Produkte verzichtet. und dann denkt Lisa zurück, dass es vielleicht, dass sie vielleicht nicht so hart sein sollte zu ihrer Familie. Und sie geht dann auf die Suche, oder sie will nach Hause einfach gehen, aber sie trifft auf dem Weg Homer, der gerade sie überall in der Stadt sucht und zuerst mal ist sie wieder so ein bisschen angespannt, aber dann ist Homer der, der einknickt und dann auch sich entschuldigt bei ihr und Lisa dann auch sagt, nee, es war ihr Fehler. Er ist da ein bisschen überrascht auch drüber, dass er mal nicht den Fehler übergangen hat. Und sie verstehen sich wieder und reiten im Gemüsegalopp nach Hause. Wundervoll. Und vorher kommt noch ein sehr guter Gag meiner Meinung nach, vielleicht sogar der Gag der Folge, wo Paul McCartney dann fragt, ob Lisa ein Lied hören möchte. Und dann fängt einfach Apo an zu singen. Das ist einfach so fantastisch. Fand ich auch richtig gut, stimmt. Ja, das stimmt. Das war ganz stark. Und damit zum Ende der Folge. Ja. Evo, wie fandest du diese Folge? Was ist deine Meinung? Ich fand diese Folge sehr gut. Es waren, wie angemerkt, sehr viele gute Gags drin. Und es ist natürlich mit der Folge, wo Lisa Buddhistin wird, wahrscheinlich die prägendste Folge für Lisas Charakter. Ich meine, alle anderen Charakterentwicklungen waren ja nach und nach. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich finde, man hätte das schon am Anfang ein bisschen besser aufbauen können, dass Lisa so nach und nach irgendwie diese Überzeugung entwickelt, statt einmal. Ich meine, sie wird ja in ihrem Leben schon mal ein süßes Schaf vielleicht gesehen haben oder ein süßes anderes Tier. Das ist dann irgendwie so ein bisschen random, dass sie dann plötzlich sagt, nee, jetzt plötzlich kann ich das nicht mehr verkraften. Aber das ist manchmal wirklich, also bei mir war das auch so. Ja, kann sein, ja. Bei mir war das auch von einem auf den anderen Tag, wo ich gesagt habe, nee, sorry, kein Bock mehr. Also das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ich glaube, das ist realistisch. Es wirkt aber irgendwie schon ein bisschen komisch. Also man denkt so, vielleicht sollte noch so eine Sache kommen, vielleicht, dass sie dann irgendwie mitkriegt, dass dieses Schaf irgendwie geschlachtet werden soll oder so. Ja. Das würde ja vielleicht schon reichen, aber ja. Ja, ansonsten finde ich es interessant, dass halt die verschiedenen Seiten beleuchtet sind und dass irgendwie, denke ich jetzt mal, alle Seiten mit der Message dieser Folge zufrieden sein sollten. Ja. Das finde ich schon ganz, ganz cool eigentlich gemacht, auch am Ende. Also ja, es ist eine sehr gute Folge. Ja, muss ich auch sagen, also das ist wirklich ein Klassiker. Es ist sehr viele richtig gute Gags drin. Also eigentlich, man muss nie lang warten auf den nächsten. Es kommt wirklich immer was, wo man lachen muss. Obwohl das Thema ja, gut, das Thema ist prinzipiell ja ein wichtiges Thema, aber es wird halt so überspitzt dargestellt und so von beiden Seiten, sowohl von der Vegetarismusseite als auch von der Fleischessseite. Das ist so gut, das ist so gut gemacht einfach. Ich finde die Folge auch fantastisch und ich fand es auch schon immer fantastisch. Ich habe sie gar nicht mehr so richtig, also natürlich an die Szene, wo Lisa das Schwein da wegfährt, da erinnert man sich dran. Aber ich konnte gar nicht mehr so richtig, ich habe mich an die meisten Gags nicht mehr erinnert oder an die meisten Plotpunkte. Natürlich auch gerne an den Garten am Ende noch. Ja, aber sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, es ist gut, dass du es noch erwähnt hast, weil das mit Apu, das fand ich auch ultra witzig, da muss ich auch richtig lachen. Es tut immer wieder am Herzen weh, dass Apu nicht mehr dabei ist, wenn man so Szenen auch sieht. Ja, man fragt sich dann immer, hätte man es nicht irgendwie anders regeln können? Ich meine, hier ist er ja auch jetzt, bietet er ja auch keine, also ich glaube, in Indien ist wirklich der größte Prozentsatz weltweit gesehen, vegetarisch oder so, aber das ist ja jetzt kein Klischee, das irgendwie den Klischee Inder darstellt. Nee, in dieser Folge nicht, denke ich. Deswegen, man hätte ihn ja auch einfach so zeigen können. Ja, aber ja. Ich denke halt auch, dass das Problem mehr so ist, dass dann halt, dass ein weißer Synchronsprecher, ein weißer alter Mann spricht oder so, der da halt einen indischen Akzent macht irgendwie. Ich denke mal, dass das eher der problematische Teil an der Sache sein könnte. Ich bin jetzt nicht in der ganzen Thematik drin. Ich auch nicht. Aber das war ja auch so Teil davon, dass es dann irgendwie in den neueren Staffeln Shitstorm gab, dass so viele schwarze Charaktere noch von weißen Synchronsprechern gesprochen werden, was sie dann, glaube ich, auch teilweise geändert haben. Also ja, vielleicht hat es damit was zu tun, aber das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, bin ich nicht drin. Ich würde sagen, da haben wir genug über die Folge gesprochen, dann gehen wir noch in die Empfehlung der Woche rein. Ja. Ich habe die Insekten-Doku angefangen. Oh ja. Ich habe die erste Folge mir angeschaut. Die Spinne. Und es ist, ja, es ist interessant. Also ich fand erst mal, finde ich es cool, dass es von Awkwafina gesprochen ist. Kennt man ja vielleicht. Mittlerweile ist die ja auch relativ bekannte Schauspielerin. Ich glaube, die war ursprünglich auch irgendwie Streamerin oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, die ist ziemlich cool. Und was CGI angeht, ist es echt irgendwie krass. Also man denkt sich so, bei manchen Szenen wie da mit dieser Stubenfliege, da sieht man schon ordentlich, dass es CGI ist. Aber man denkt sich schon, okay, wie haben die das gemacht? Ich denke mir auch, dass die teilweise, haben sie bestimmt auch irgendwie das schon echt gefilmt und dann halt irgendwie in den Hintergrund die Stadt eingefügt oder so. Also man kann ja auch, mittlerweile gibt es ja sowas wie Makroaufnahmen, wo das dann man so realistisch nah dran gehen kann. Aber es ist echt krass irgendwie. Man fragt sich dann echt teilweise, wie das möglich sein soll. Es gab so eine Szene, bei der ich das erste Mal wirklich stutzig wurde. Also ich dachte die ganze Zeit so, ja, alles gut so. Also da ist mir so, habe ich auch gar nicht dran gedacht. Da kam die Fliege-Szene auch noch nicht. Gut, die Fliege, das war klar. Also bei allem, was fliegt in dieser Serie, ist natürlich CGI. Das kriegst du halt, das geht nicht anders. Nee. Aber bei der ersten Szene, bei der ich stutzig wurde, war, als diese Ameise zu diesem Hotdog läuft und über dieses Münzstück drüber läuft. Da dachte ich mir so, wie haben sie das jetzt gemacht, dass die wirklich da drüber läuft? Und da frage ich mich, haben die das geforst? War das wirklich Zufall? Vielleicht haben sie eine Zuckerwasserspur über die Münze gelegt. Das kann sein. Ja, ich weiß es nicht. Aber es ist schon extrem stark gemacht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also, aber das ist natürlich nicht meine Empfehlung der Woche. Das wäre jetzt ein bisschen lame. Ja. Du kannst die aussuchen. Ich habe einen Film und eine Serie, die ich empfehlen könnte. Was hättest du lieber? Lass den Film holen. Serien haben wir schon so viele im Pipeline. Ich war nämlich jetzt endlich mal nochmal im Kino. Natürlich alle Jubeljahre. Zwinge ich mich dann mal aus meinem Haus und gehe ins Kino. Und habe mir natürlich den neuesten Blockbuster, von dem wahrscheinlich auch jeder mitbekommen hat, Dune 2, angeschaut. Und das ist echt, äh, echt irgendwie ein krasses Ding. Also irgendwie, der Regisseur ist mir schon öfter mal aufgefallen, weil er auch den neuen Blade Runner Film vorher gemacht hat, den ich auch fantastisch finde. Und er hat dann auch beide Dune Filme gemacht. Und es ist so, eigentlich so von der Story her und so ist das ja alles Quatsch. Also es ist ja eigentlich wieder mal dieser Typ kommt irgendwie hin und befreit dann das Volk und kämpft irgendwie gegen den bösen Machthaber und so. Also von der Story her ist es ja nichts wirklich Besonderes. Aber rein vom Visuellen, beziehungsweise rein, wie sich das anfühlt, wie diese Welt irgendwie etabliert ist, das fühlt sich halt ganz anders an wie irgendwie sowas wie Star Wars oder so. Wo bei Star Wars immer alles schnell ist und immer viel geschnitten. Und hier wird halt viel mehr drauf gesetzt, dass es so lange Szenen gibt, wo auch lange teilweise dann nichts gesagt wird. Und es wird einfach auf so echt krasse, imposante Bilder gesetzt. Und deswegen fühlt sich das so völlig anders an. Das ist irgendwie so ein Sci-Fi-Universum, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt was Neues oder was, also es ist ja nichts Neues, das ist ja super alt, die Vorlage. Aber es ist irgendwie, fühlt sich es ganz, ganz anders an. Wo ich dann auch oft ins Grübeln komme, was würde passieren, wenn dieser Regisseur mal wirklich Star Wars in die Hand nimmt und mal wirklich so einen coolen, guten, neuen Star Wars Film macht, der dann irgendwie das Potenzial dieser Welt so entfaltet. Also kann ich nur empfehlen, schon allein, weil es einfach richtig geil aussieht und man ist einfach schon deswegen sehr gut unterhalten. Was ist denn die Vorlage? Das ist irgendein Buch halt, so super alt. Ich habe auch den ersten Film nie gesehen, der ist auch an mir vorbeigegangen. Ich habe den damals so mitbekommen, dass der existiert hat, aber auch nie hat es mich irgendwie gekriegt so. Achso, den ersten Film davon, es gab ja schon vorher irgendwie in den 80ern, gab es ja schon mal einen Film. Den habe ich auch nicht gesehen, aber den ersten habe ich schon gesehen. Das war wahrscheinlich auch, oder? Es ist gar nicht, also ich dachte auch so, ich habe den ersten davor nicht nochmal gesehen und dachte dann so, boah, ob ich da noch alles weiß, aber es hilft wahrscheinlich schon, aber man muss gar nicht sich an so viel erinnern. Also ich denke, wenn man sich kurz auf Wikipedia eine Zusammenfassung durchliest, dann weiß man eigentlich alles, was man wissen muss, wenn man wirklich Bock hat. Okay. Cool, ja, also falls ihr das noch recht zeitnah hört, diese Folge und nicht erst in ein paar Jahren, dann geht ins Kino. Ansonsten guckt den sonst irgendwo, wo es ihn gibt. Guckt ihn auf eurem Filmchip, den ihr bis dahin im Gehirn habt, in euren Augen. Falls ihr Corona geimpft seid, habt ihr den schon, müsst ihr den nur aktivieren. Zack. Zack, yeah. Also wir beide können einfach da mal schön hinten rechts am Ort Knopf drücken, dann können wir reingucken. Aber ich hätte auch schon wieder, ich habe in der Zwischenzeit jetzt auch schon wieder so viel Serien geguckt, ich könnte jetzt auch wieder Serien empfehlen. Ich bin irgendwie auf dem Doku-Trip hängen geblieben, aber passend zur Folge möchte ich was empfehlen. Und zwar für alle, sowohl für die, die sehr, sehr gerne Fleisch essen, als auch für die, die kein Fleisch essen. Ähm, das ist jetzt auch keine Werbung oder so, ähm, aber von Lidl, selbst die Eigenmarke W Mondo, die haben so ein, so ein, so ein Rinder-Steak, nenne ich es jetzt einfach mal, also wirklich so ein, so ein Stück Fleisch. Das ist so unglaublich geil, das schmeckt so gut, das kostet zwei Euro oder so, aber das schmeckt so, ich habe seit viereinhalb Jahren, glaube ich, jetzt kein Fleisch gessen, aber für mich schmeckt das eins zu eins wie ein Stück Fleisch. Okay. Das ist absolute Empfehlung, also, wie gesagt, die, die Firma hat auch einen Haufen Mist, also zum Beispiel das Hackfleisch von denen ist komplett Arsch, aber die haben auch echt richtig viel gute Sachen, also falls ihr mal bei Lidl seid und ihr seht das, das liegt so beim richtigen Fleisch einfach zwischendrin, ich glaube auch, um die Leute ein bisschen zu baiten, damit sie einfach mal das aus Versehen greifen, da, äh, macht ihr echt gar nichts mit falsch, das ist ultra geil, einfach in die Pfanne hauen und ihr habt ein ultra geiles Essen. Spannend. Meine Empfehlung der Woche. Ja, sehr gut. Ich habe sogar eins da, wir könnten ein Bild in die Insta-Story machen davon. Oh, mach das. Gut. Finde ich gut. Gucken wir. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, sorry für die Verspätung von eigentlich fast einer Woche und vielen Dank für den Folgenwunsch an Miss Kuro und wir hören uns bald. Ja, auf Wiederhören. Bis dann. Ciao.